Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2942 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schau dir diese Zahlen an. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Schau dir diese Zahlen an. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Jetzt weiß ich, wie es geht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Jetzt weiß ich, wie es geht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Jetzt weiß ich, wie es geht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Das sind die Bücher, die ich während meines Studiums gelesen habe. Das sind die Bücher, die ich während meines Studiums gelesen habe. Wenn du möchtest, kannst du auch zwei verschiedene Gläser haben. Wenn du möchtest, kannst du auch zwei verschiedene Gläser haben. Nassrasierer sind die besten Rasierer für Anfänger. Die Nassrasierer sind die besten Rasierer für Anfänger. Die Nassrasierer sind die besten Rasierer für Anfänger. Die Nassrasierer reizt die Haut weniger. Warum fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen? Warum fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen? Warum fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen? Wir haben hier eine große Chance. Wir haben hier eine große Chance. Wir sollten sie unbedingt nutzen. Wir sollten sie unbedingt nutzen. Opa hat immer Zeit für mich. Danke für die Blumen zum Muttertag. Sie sind gerade angekommen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Mir ist das Bild zu dunkel. Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Mir ist das Bild zu dunkel. Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Mir ist das Bild zu dunkel? Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Kann man an der Beleuchtung noch etwas ändern? Lass es sein! Hör auf! Ich will nicht mit dir streiten! Lass es sein! Lass es sein! Ich will nicht mit dir streiten. Schach regt mein Gehirn an und hält mich jung. Ich spiele Schach meistens abends. Ich wurde vor 60 Jahren im ersten Stock dieses Hauses geboren. Das ist fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Das ist fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Bleib dort sitzen, bis ich dich rufe. Bleib dort sitzen, bis ich dich rufe. Du musst den Bogen anders halten. Ich zeige dir, wie das geht. Du musst den Bogen anders halten. Ich zeige dir, wie das geht. Ich habe großen Respekt vor den Wellen, aber mit meinem Opa an der Hand fühle ich mich sicher. Ich habe großen Respekt vor den Wellen, aber mit meinem Opa an der Hand fühle ich mich sicher. Ich habe großen Respekt vor den Wellen, aber mit meinem Opa an der Hand fühle ich mich sicher. Versprich mir bitte, dass du nicht mehr so viel arbeitest und dich öfter ausruhst. Versprich mir bitte, dass du nicht mehr so viel arbeitest und dich öfter ausruhst. Nach jedem Gebrauch sollte der Stuhl im Krankenhaus gründlich gereinigt werden. Nach jedem Gebrauch sollte der Stuhl im Krankenhaus gründlich gereinigt werden. Möchtest du eine Portion Nudeln mit Fleischbällchen in Tomatensauce? Warum bist du so traurig? Was ist passiert? Willst du es mir erzählen? Warum bist du so traurig? Was ist passiert? Willst du es mir erzählen? Warum bist du so traurig? Was ist passiert? Willst du es mir erzählen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Also mit der Stuhl im Bauch ist geöffnet. Dann ist er mit der Stuhl im Bauch. Tömer kann das nicht mehr so traurig. Und мерne meine Stuhl im Bauch da, wenn du es mal so traurig ist. Weißt du in der Stuhl im Bauch? Und wer Life ist ein Dasitor.